Vor einem Tag hat mir eine besorgte Mutter eine Mail geschrieben. Es geht nämlich um ihre 18-jährige Tochter namens Hayley. Hayley hat nämlich ein Kuscheltier, was auf einmal nachts lebendig wird. Und ihre Mutter macht sich Sorgen, dass dieses Monster sogar Menschen frisst. Und ihre Mutter hat uns sogar einen Beweis wie ihr geschickt. Halli? Und genau um diesen Fall kümmern wir uns jetzt heute. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das schaffen wir für eure Lieblingsserie von Life of Luxury. 2222 Likes. Und falls ihr neulich seid, abonniert jetzt diesen Kanal, damit dieses Monster euch heute Nacht nicht frisst. Okay, es geht los. Wir haben 22.10 Uhr und sind draußen am Haus. Wir gehen jetzt rein und klopfen am Haus. Hallöchen? Ist da jemand da? Die Tür geht auf. Und es ist die Mutter, die uns die Mail geschrieben hat. Bist du Helen? Ja. Ich bin Helen. Können wir reinkommen und darüber reden? Ja, aber sei gut. Und ich denke, meine Tochter schläft nämlich. Okay. We'll be quiet. Okay, wir werden leise sein. Wir gehen rein. All right. Ich weiß nicht. Helen sieht ein bisschen komisch aus, oder, Freunde? Was sagt ihr? Ich weiß nicht. Wir gehen durchs Haus. Wieso guckt die flirte? Die mit uns? Warte mal. Helen, willst du einfach ein bisschen kussi, kussi, pussi, pussi? Oder was? Warum gibst du nur mit dem Black, mit dem Side-Eye Baby? Okay, Helen. Danke, dass du mit uns sitzend mit uns. Okay, danke, Helen, dass du mit uns dich hingesetzt hast. Und Helen sagt gar nichts. Er fragt, was ist mit deiner Tochter passiert? Es ist das Kuscheltier. Sie weiß nicht, wo sie es her hat. Sie glaubt, dass sie es im Keller gefunden hat. Und sie nennt ihn Wiggles. So, was hat sie mit dem Stofftier? Was macht sie mit dem Stofftier? Alles. Sie spielt damit, sie schläft damit. Und sie badet damit. Was? Okay, sie lässt es nicht wegnehmen. Er fragt, ob sie schon versucht hat, es wegzunehmen? Ja. Aber danach schreit sie und kratzt sie. Manchmal sagt sie, nachts klingt es, wie wenn ein Mann bei ihr ist. Und sie sitzt den ganzen Tag. Oh, ist sie ihre Tochter. Sie sagt, sie füttert es wieder. Wann muss man ein Plüschtier füttern? Warte mal. Nee. Äh. Hol sie... Äh. Hol sie da gerade Fleisch? Viel Stofftier? Nö. Wie viel Essen hat sie? Das ist das vierte Mal, dass sie es heute füttert hat. Was zur Hölle? Wir sprechen hier noch. Warte. Oh Gott, oh Gott, nein. Er geht jetzt zu ihr ins Schlafzimmer. Er will gucken, was sie macht mit dem Fleisch. Er sagt, ich glaube, sie ist hier drinnen. Oh, Bruder, geht aber auch nicht rein. Oh, Bruder, geht aber auch nicht rein. Oh, ich glaube, ich will es nicht sehen. Ich glaube, ich will es nicht sehen. Oh, das soll ein Stofftier sein. Oh mein Gott. No way. No way. No way. Das frisst Fleisch, rohes Fleisch. Ach, du heilige Kacke. Ach, du heilige Kacke. Der Mutter geht es auch gar nicht gut. Dieser guter Junge. Guter Junge. Braver Junge. Bro, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gemacht. Oh Gott, er schreit nach Hilfe. Oh nein, das ist nicht gut, Jungs. Und Mädels. Ach, du Kacke. Er sagt, sie füttert ihr Stofftier. Und er will jetzt auch gucken. Okay, Parker guckt jetzt auch. Chester war gerade schon drinnen. Oh mein Gott, ist das. Was ist das Problem? Sie schlafen. Bro, du wirst nicht verstehen. Sie füttert es. Und es füttert es. Hey, gerade hat sie es noch gefüttert. Und jetzt schläft. Schlafen Sie nur. Und jetzt sieht es ja auch aus wie ein Stofftier. Gruseliges Stofftier. Wir bauen die Kameras auf. Und wir überwachen gleich wieder das Haus, Freunde. Damit wir sehen, was nachts passiert. Und damit wir alles auf Kamera haben. Beweise haben. Und eventuell eingreifen können. Oh. Kameras werden aufgestellt. Du hast es nicht bekommen. Er sagt, das Stofftier ist am Leben. Du schlägst es nicht. Du schlägst es nicht. Sie sollten nicht beurteilen, sie müssen nicht beurteilen, sie müssen nicht beurteilen, sie müssen nicht beurteilen. Was ist beurteilen? Hier, hilf mir, einen Locken zu finden. Oh, sie verschließen. Den Kühlschrank. Oh, sie verschließen den Kühlschrank. Oh mein Gott. Jetzt sagt er, jetzt kann sie nicht mal rangehen und kein Fleisch mehr holen. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Das gefällt ihr gar nicht. Das gefällt ihr gar nicht. Warum ist sie peeping at us? Ich glaube, wir haben sie schlafen. Sie ist wahrscheinlich nicht an die Strangers in ihrem Haus. Sie sagen ja, warum war sie da? Wieso hat sie so komisch reagiert? Jetzt gehen sie schlafen, aber Chester möchte noch eine Sache vorm Schlafen gehen gucken. Ich glaube, es ist immer noch hier drin. Was guckt er jetzt? Oh, er geht nochmal zum Klüschtier. Nicht gute Idee, Bro. Nicht gute Idee alleine. Oder es frisst immer noch weiter. Ja, Digga, da würde ich auf jeden Fall drin schlafen. Er hört komische Geräusche. Oh nein, Chester geht zum Klischtier. Oh mein Gott, Bro. Ist das krank. Oh mein Gott. Nein, nicht anfassen. Nicht anfassen. Nein. Was machst du hier? Oh mein Gott. Bro, das Ding hat sich gerade bewegt. Er hat gesagt, es hat sich gerade bewegt. Digga, ich dachte, dein Finger ist ab. Boah, okay, er sagt, komm. Wir müssen jetzt schlafen gehen. Oh, und jetzt sind sie rausgegangen. Alter, ich dachte, sein Finger war ab. Ich war mir so sicher. Wir gehen schlafen. Okay, die Nacht bricht ein, Freunde. Jetzt wird es ernst. Unser Zimmer. Die beiden sind am Schlafen. Wir haben drei Uhr nachts knapp. Die Mutter am Schnarchen mit offenem Mund. Wild. Im Flur. Bewegt sich nichts. Schlafzimmer von der Tochter. Oh nee. Nee, 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 nee. Der Schrank geht auf. Oh nein, das Flügel kommt. Oh nein. Oh mein Gott, ist das krank. Oh mein Gott, ist das krank. Oh, das püscht hier wieder zum Leben und es kommt aus dem Schrank raus. Sie schlafen ganz normal weiter. Drei Uhr nachts haben wir jetzt. Oh mein Gott. Mutter immer noch tief am Schnarchen. Oh Gott, das küscht hier jetzt. Hör mit. Ich sag, bitte gib mir Essen. Und die Tochter sagt, ich hab keins, Wiggles. Oh nein, das Monster braucht fressen. Das plüscht hier. Oh Gott, hoffentlich frisst jetzt nicht die Tochter oder so. Oh mein Gott. Oh nein, Wurmi. Wurmi, bleib ruhig. Oh Gott, Wiggles ist gar nicht happy. Wiggles will einen Cheeseburger. Mit Pommes und einer Cola. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh, ich hab's gehahnt. Bro, Wiggles frisst sie auf. Nein. Wiggles frisst die Tochter. Bruder, Wiggles frisst die Tochter. Bruder, Wiggles frisst die Tochter. Nein. 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 Oh mein Gott, sie ist weg. Er hat sie komplett gefressen. Bruder, ich glaub's nicht. Er hat sie komplett gefressen. Wiggles. Nein, wir haben nichts gesehen. Oh nein, 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 nein. Wir haben nichts gesehen. Oh mein Gott, deswegen hat sie ihn gefüttert. Jetzt lässt er auch noch eine Kackspur, oder was? Ah, er hat auch noch auf den Boden gekackert. Du Ferkel. Wiggles macht sich auf den Weg zur Routine. Oder? Damn, son. Wiggles, wir haben nichts gesehen. Mach dein Ding, wir haben nichts gesehen. Alter, ist das gestört. Alter, ist das gestört. Und er entlässt überall die Spur. Ist das? Parker und Chester wachen auf. Sie sagen, hörst du das? Jungs, gut, dass ihr da geschlafen habt. Während das Plüscht hier die Tochter gefressen hat. Super stark gemacht. Komm, komm, komm. Wir müssen nachher. Oh, nein. Bruder, für die Tochter ist jetzt auch zu spät. Warte, warte, warte. Oh nein. Oh, warte. Let's go on the road. Sie geht ins Zimmer. Leer. Niemand da. Niemand da, sie wurde ja gefressen. Sind das ihre Haare? Sie sagen, sie ist nicht da. Wo denkst du, wo sie ist? Digga, das sind ihre Haare, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind ihre Haare. Mit Glibberschleim. Digga. Jetzt geht's zum Mutti. Oh, die Wiggles. Oh nein. Helen, auch dann. Bruder, die werden alle aufgefressen. Die werden alle aufgefressen. Oh Gott, Wiggles. Bruder, Wiggles, wie kann man so einen Hunger haben? Du hast doch schon einen Cheeseburger gehabt. Beruhig dich jetzt. Was hat der für einen Mund? Okay. 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 Okay, wir müssen uns beruhigen. Oh mein Gott. Ich hab mich alleine geklärt. Oder ich hab mich nicht weg. Oh mein Gott. Ich komm nicht klar. Seitdem wir gefilmt haben, haben wir nichts mehr von Helen und ihrer Tochter gehört. Ja klar, die sind aufgefressen worden. Wir haben Helens Familie angeschrieben und kontaktiert. Oh Gott. Sie haben gesagt, die haben einen Sohn gehabt und der ist auch verschwunden. Wow, ist das krank. Junge, ist das krank gewesen. Ich komm nicht auf mein Leben klar, Digga. Heute Nacht schlafen, unmöglich. Freunde, machen wir Pyjama-Party. Wer ist dabei, damit wir nicht allein sind und nicht aufgefressen werden von dem Monster? Wer ist dabei in der Pyjama-Party? Schreibt es in die Kommentare. Geist ist krank. Ey, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like. Zerstört den Like-Button und zeigt Life of Luxury, dass es ein geiles Video war. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid, um sicher zu sein. Freunde, ich hol mir eine frische Windel, Alter. Das war krank.